Endlos weit. Dann steil nach oben. Immer höher hinaus. Aber wozu? Der höchste Berg der Erde wurde 1953 bezwungen. Versucht hatte man es jedoch schon zuvor. 70 Jahre schon suchen sie nach Mallorys Leiche. Hätte man sie entdeckt, wüsste das jeder. Hey, warum assest du gleich so aus? Hör doch erst zu! Jodie Hubble. Seit Jahren fehlt von dem Kerl jede Spur. Und schwupp taucht er samt sagenhafter Kamera wieder auf. Die Welt des Bergsports steht Kopf, wenn Mallory wirklich auf dem Gipfel war. Der erste Mensch auf dem Everest. So eine Chance kriegen wir nie wieder. Weder Ann noch Unterschrift. Kein einziges Wort stand drin. Wieso suchen sie nach Havu? Der Typ ist abgetaucht. Was soll das, Theater? Wozu diese sinnfreie Recherche? Wer bergsteigt, versucht stets sich selbst zu übertreffen. Es nimmt kein Ende. Ich weiß genau, wo sie diesen Winter hinwollen. Hoch. Auf die Südwestwand. Lächerlich. Niemand schafft es im Winter dort rauf. Lassen Sie mich doch mitkommen. Ich mache Ihnen auch bestimmt keinen Ärger. Acht Jahre Vorbereitung. Dieser Aufstieg ist alles, was für ihn zählt. Basislager an Seilschaft. Bitte kommen. Ihr seid zu spät. Das Unwetter wird euch überrollen. Versucht gar nicht erst mit dem Schritt zu halten. Der menschliche Körper hält dieser Belastung nicht stand. Wir haben zu viel Zeit verloren. Es ist zu spät. Kamasi, komm zu dir. Äh, Last Bridge. Wozu das Ganze? Es ist wie ein Rausch, der einen nie mehr loslässt. Alles andere wird bedeutungslos. Untertitelung. BR 2018 2 cous 2016 4.000